Höherer Doppelgänger tot. Einen wir mal Dorn. Oh ja, das muss ich auch noch benutzen. Einstärke permanent. So machen wir es so rum. Frag ich mich gerade echt, wo ich die eine Stärke hergekriegt habe, die ich sowieso schon habe. Also Stärke 11, hatte ich noch schon so ein Stärkebuch gefunden? Da habe ich mit Stärke 11 gestartet. Noch mehr Doppelgänger. Oh, Windtrop. Wie kann ich helfen? Ich werde mich in Hand umdrehen, darum kümmern. Also der falsche Windtrop. Sicher. Mein Hotel ist so sauber wie Nelson. Haben wir euren Sinn für Mofalo und was? Ja, mir ist es so rumgekommen, dass ihr einen erzählt habt, dass der olle Windtrop abends zu mal sehen soll und nach einem Elfenhinternat. Hey, kommt her Stucki Putz, ihr werdet bald an was anderes denken. Worum geht es diesmal? Für den Feind ist gekommen, Privat! Ihr braucht nur zu fragen. Okay. So, viel dazu. Und wenn ich mir jetzt die Karte so ansehe, gut, da ist eine Falle, die wir nicht entschärfen können, aber wir sind hier durch. Wie ihr wünscht. Nachja, jetzt kommen noch die Höhlen. Prat, wer seid ihr? Ich habe Sarriwok erwartet, nicht irgendein Gesindel. Wir sind die Sönder, die dem Eisenthron zugesetzt haben. Das geht euch nichts an, aus dem Weg. Wir gehören zu Sarriwok. Wir sollen euch helfen. Versucht nicht, mich anzulegen. Ihr seid doch Brenno, ihr stimmt's? Ich weiß nicht, wie ihr aus dem Gefängnis raus seid. Ist mir aber auch egal. Wollt Sarriwoks Pläne durcheinander bringen. Da werde ich nicht viel Erfolg haben mit dem... haben, denn an mir oder meinen Jungs kommt ihr nicht vorbei. Glaubt nicht, dass ich Sarriwok freuen würde, wenn ihr auftauchtet und seine Pläne im Beideustuch zunichtet macht. Los Jungs, wir machen einen kurzen Prozess. Okay, wir ziehen uns erstmal zurück. Gucken, kommt jemand? Nö. Dann wird jetzt erstmal gebufft. Ja? Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Was ist das? Geht mal. Olof, Sar? In Circle. Ihr habt geleugnet? Hier, hier. So, dann gibt es noch eine Verteidigungskoordination und einmal das hier. Sag bloß, von ihm hat die Stärkung schon wieder nachgelassen. Sieht was dann auch aus. Wie lange hebt das bei dir, Vikonia? Und das erinnere ich nicht lang. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Ich hätte noch eine Hasszauberung. Aber auch so kriegen wir die ziemlich schnell tot. Wurf-Ax. Fölfische Steinchen. Oh, Böses entdecken. Sehr viele Schriftrollen. Und sehr vieles anderes Zeug noch. Der Wurf-Ax plus zwei. Kehrt sofort zum Werfer zurück. Hm. So, Geld und Schmuck. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und noch ein Brief. Ah ja, und Pfeile. Betäubungspfeil. Okay. Wie kann ich helfen? So, eure Pfeile ist klar. Geschwänsterform. Durch diesen Zauber verliert der Anwender mitsamt seiner Ausrüstung jede Konsistenz. Ah. So, das sind alles Zauber, die näher er schon kann. Prat. Die Fäden meiner Pläne sind zu meiner größten Zufriedenheit zusammengelaufen. Die Person, die mich auf Schritt und Tritt belästigt hat, ist nur hinter Schloss und Triegel angeklagt des Morgels an Rielta, Brunos und Taldorn. Finde jetzt möglichst viel über das Schicksal von Brennoe heraus und treffe mich dann im Ballos Tor. Entschuldigt, dass ich euch hier alleine gelassen habe, aber ich musste in die Stadt zurückkehren, um Rieltas Stellung als Anführer zu übernehmen. Wenn keine Schwierigkeiten auftreten, werde ich in wenigen Wochen Großherzog sein. Sarivok. Dafür, dass Sarivok eigentlich eins von Balls Kindern ist und hier Mord und Totschlag plant, ist er verdammt höflich, wenn er sich eigentlich bei Prat entschuldigt dafür, dass er ihn zurückgelassen hat. Oh, Behälter ist voll. Wir müssen demnächst wohl wieder auch Schrifträumen verkaufen. Worum geht es, ihr braucht? Nur zu fragen. So, Fledermäuse. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ja, hier sieht man, das geht nach unten eher. Ich habe zwar schon schnell gespeichert, aber nochmal ins Schnellspeichern... Ach, Nö. Ja. Ihr braucht nur zu fragen. Jail Kalless? Na, warum denn ich? Sagt, versucht Schritt zu halten. Sänger Kalless, na... Ja, wenn das euer Wunsch ist. Ollos, Sar. Jail Kall möge die Dunkelheit herrschen. Wie kann ich sie ihr wünscht? Seng möge die Dunkelheit herrschen. Aha, jetzt lasse ich die Lage. Wenn das euer Wunsch ist. Das ist echt eine komische Stelle. Hm. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Dorn müsste ja Bewegungsfreiheit haben. Wo und wie ihr wünscht. Sagt, A. Versucht Schritt zu halten. Ihr Hornoxen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Na, wo ist die Schwertspinne jetzt abgeblieben? Ach da. Na ja, komm. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wie kann ich helfen? Fress, brennen denn! Oder dann vielleicht trotzdem... So. 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 Ja, mit Vergnügen. Hier, wo's Gold wächst, gefällt's mir. Also ja. Sie braucht dringend mehr Fallen finden und entschärfen. Aber natürlich. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen auf tun. Und die anderen Seite um, bis die Spinnenfalle fest... Äh, weg ist. Bestes. Ja, ich lese halt gerade, dass die Fledermaus festgehalten wird. Lass sie uns ordentlich verdächtigt. Wo kommst du denn so lange her? Oh, ne Geisterspinne. Warum kannst du denn eben entziehen? Ganz so nicht, weil sie tot ist. Ja, wie ihr wünscht. Also ja, das Spinnengenetze kann einem auf den Nerv gehen. Definitiv. Mit Vergnügen. Nerv, Kai, warum denn ich? Na ja, da ist die Fasenspinne noch. Nervt jemand alles? Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Worum geht es diesmal? Fasenspinne ist gut. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Gibt es hier noch mehr Gespinne? Ja, gibt es. Und hier ist es wieder mal viel zu sagen. Das Gute ist, es gibt Erfahrungspunkte. Das heißt... Ey, Vikunia und ich haben bald... ...Level-up. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, nö. Nee, Rausch. Ich nutze von Versteinerung mal auf... ...Gain. Sicher. Sicher. Beim Sagen müssen wir uns. Worum geht es, lasst sie uns ordentlich verletzen. Sonst ist es diesmal. Ja? Lasst sie uns ordentlich verletzen. Ja? Gut. Level-ups. Können wir gut gebrauchen. Wie kann ich helfen? Duchenerhöhung. Rettungswürfel. Ein Zauber des dritten Grades. Acht Trefferpunkte, zehn Sargekunde und ETW. Mhm. Gut.